Fotografie und diese Industrie ist sehr man-dominatend und wir sehen die Wichtigkeit, dass wir Mädchen unterstützen, die für Naturfotografie interessiert sind, dass sie auch Inspiration bekommen, Motivation bekommen, das zu machen und dass sie das wissen, dass das machbar ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder das ist noch nicht der Trend, dass das so viele Frauen da sind. Also wir bieten für Mädchen gratis Workshops an und damit wir diese Mädchen für Naturfotografie inspirieren können.